Ja, bei mir ist es immer noch warm. Also die Idee mit dem Bikini ist keine schlechte Idee im Moment. Deswegen läuft bei mir auch ein Ventilator auf ihn. Man hört ihn nicht. Und gut, Battlefield, da kenne ich die Community nicht. Ich habe es nur mal eine Stunde in der Open Beta gespielt und das war's. Oder vielleicht zwei Stunden. Was ich da gemacht habe, findet man bei mir auf dem YouTube-Kanal. Hashtag Werbung. Und danach habe ich für mich entschieden, nee, das Spiel gefällt mir ändert. Also es ist nicht so meins. Es ist eines der besten Shooter-Games, die ich gespielt habe. Aber es ist immer noch nicht das, was ich haben möchte. Infolgedessen habe ich es mir auch gar nicht erst gekauft. Wer flüstert, der lügt. Deswegen flüstere ich ja direkt per ASMR-Mikrofon. Nee, hier ist recht viel Sonne immer noch. Leider. Der Süden hat immer noch Sonne. Und offensichtlich auch noch Kolumbentelligkeit, wie man hier sieht. Weil wir spielen immer noch nicht Alien Isolation. Soll die Tage wiederkommen. Die Sonne? Oh mein Gott. Können wir ihr denn nicht einfach sagen, dass sie aufhören soll zu scheinen? Na gut, das macht sie nachts, aber. Anderes Thema. Ah. Da kommt ein Bomber. Ach gut. Ich kann eigentlich gar nicht einfach abfangen mit der Maschine hier. Er fährt in Reisegeschwindigkeit schneller als ich... Er fliegt in Reisegeschwindigkeit schneller als ich wusste. Na, haben wir festgestellt, dass wir abgefangen werden? Vergleich von zwei Jägern, das ist ja gemein. Jetzt war auf, sich zu drehen. Ich muss Punkte machen. Also Schaden in dem Fall. Ah, ganz knapp dahinter schießen ist auch nicht gut. Ich bin froh, wenn ich Erholung von der Wärme... Ich werd ja nicht jünger. Erst glaub ich dir gern. Beides. Ich bin auch froh von der Erholung. Mein Kreislauf wird auch nicht besser. Mit jedem guten Tag. Da haben wir den Jäger. Da oben haben wir den Bomber wahrscheinlich. Ja. Ja gut. Keine Punkte für mich. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, ich bin recht niedrig. Vielleicht liegt das daran, dass mir die Leute einfach aus den Häusern zuwinken. Die letzten Stunden laufen. Was? Die letzten Stunden laufen. Wo laufen die letzten Stunden? Wo hin laufen sie? Achso, da laufen sie. Ja, jetzt versteh ich's. Das heißt, im Morgen ist es soweit. Okay. Hast du die Tante ohne Oberteil gesehen? Im Fenster gesehen? Ja, ich war kurz abgelenkt. Hast doch gesehen. Ich bin einfach nur stürgerade ausgeflogen, ohne zu schauen, wo ich hinfliege. Ich hab's kurz gesehen. Aber bei dem Wetter hier kann ich das auch verstehen. Überall ist alles vereist. Da will man auch kein Oberteil anhaben. Das ist ein schwerer Jäger, oder? Oh, die Igel-Schnäuzchen. Was, wo die Igel-Schnäuzchen? Was? Habe ich das wirklich gesagt? Was? Was? Du verwirrst mich gerade. Ich muss hier noch ein professionelles Gameplay hinlegen. Ich muss hier noch ein bisschen sehen. Ich würde mal jemand den Motor wieder anwerfen. Ich hätte gerne einen Motor wieder. Ah, danke sehr. Haben die den Motor schon wieder? Alter, was ist das für ein Motor? Böse Flocke. Ein Profi lässt sich nicht durch sowas... Äh, nicht ab... Ein Profi lässt sich durch sowas nicht abklingen. Ja, richtig. Ein Profi kannst du bewusst ins Gesicht wedeln, wie du willst. Der lässt sich nicht davon ablenken, trotzdem weiter zu schwitzen. Das... Das ist doch gar nicht sinnvoll. Was erzähl ich denn da? Hey, ein Wunder! Der ein bisschen schnell ist, aber... Du bist süß. Shut the points. Bis zum nächsten Mal. Schade, ich hätte ihn doch gerne abgeschossen.